Peter Sommer hier vom Rockballst in Köln. Ich schalte mich gerne in die laufende Debatte um den Erhalt des Gebäude 9 ein, wo wir seit 2003 regelmäßig aufzeichnen. Gebäude 9, das ist ein wichtiger Ort in Köln mit hoher Kompetenz für rockmusikalische Subkultur. Köln braucht nicht nur Opernhäuser, Schauspielhäuser und große Spielorte, nein, Köln braucht auch den kleinen Club, wo die Anfänge der Bands im Regel verliehen. Also, ich bin dafür und hoffe, dass das Gebäude 9 erhalten bleibt.